Herzlich Willkommen bei uns auf dem Kanal bei MIGA Caravan in Dingelsbühl. Ja, heute mache ich ein Teil 2 Video. Zum einen möchte ich euch zeigen, wir haben ein neues Projekt angefangen, einen LaMarca. Der ist aus unserer Vermietung, der ist anderthalb Jahre bei uns in der Vermietung gelaufen. Der wurde jetzt verkauft und der Kunde möchte aber nur ein paar Sachen dazu haben. Solaranlage, Wechselrichter, Lithium-Akku. Da haben wir ein paar Besonderheiten im Einbau, was ein bisschen komplex ist. Und da nehme ich euch mit, das möchte ich euch auf alle Fälle nicht vorenthalten. Und als nächstes möchte ich euch den weiteren Verlauf unseres Mobilwetter zeigen, den wir im letzten Video schon mal angezeigt haben. Was, ja, wo ich ein bisschen echauffiert war wieder mal, weil halt das eine oder andere nicht ganz so schön war und nicht ganz so toll war. Nehmt das nicht immer so für bare Münze. Bloß man muss, wenn man sowas verbaut oder wenn man sowas sieht, frage ich mich halt immer wieder, wie kommt sowas zustande? Ohne jetzt werdend für andere, das ist mir eigentlich vollkommen egal. Nur ich sag halt, ich kann immer nur für mich sprechen. Wenn ich so einen Einbau mache, versuche ich halt oder wir, unser ganzes Team, immer das Menschenmöglichste und das Beste zu tun. Und sich auch bei jedem Einbau immer weiterzuentwickeln. Und ich finde, da gehört ein bisschen Liebe zum Detail dazu. Das sind so schöne Fahrzeuge und man muss hier doch so ein bisschen nicht einfach die Kabel lieblos reinschmeißen, nicht einfach irgendwie lieblos das Ganze machen, sondern schon auch wenn eine Klappe davor ist, aber hinter der Klappe doch versuchen, relativ sauber zu arbeiten und immer daran zu denken. Es könnte ja auch mal sein, dass ein Gerät defekt ist. Man muss da ran. Irgendjemand muss da mal wieder ran, muss mal was austauschen. Und in jeder Hauselektrik wird das praktiziert. Gut, weil da gibt es ganz klare Vorschriften, da gibt es ganz klare Richtlinien. Ich sage jetzt mittlerweile, leider Gottes gibt es das im 12 Volt Bereich nicht. Da kann jeder tun und lassen, was er will. Und mittlerweile sogar die Wohnmobilbauer, was ich echt schade finde. Und was ich da genau meine, da gehen wir dann jetzt gleich mal in die Werkstatt und schauen uns das am besten. Ja, unter vier Augen kann ich nicht sagen, aber schauen wir uns das mal genauer an. Also, auf geht's! So, jetzt fangen wir hier mal bei dem Lamaga 47 an. Was haben wir hier drauf gebaut? Er hat jetzt hier eins, zwei, drei Platten gekriegt. Ziemlich schmale Platten, das sind dreimal 95. Von der Rechnung her kommen wir da ganz gut hin. Weil hier die Breite natürlich ziemlich schmal ist. Das Hägi ist ziemlich breit. Und auch hier, und damit das alles ein bisschen ein Bild hat, haben wir jetzt die drei schmalen Platten genommen. Und ja, man kann hier auch noch erweitern. Hier hat man ja auch noch Platz. Also hier passt auch noch richtig was her. Wenn man das möchte, auch hier passt noch was her. Zum Erweitern kann man immer. Aber das ist jetzt mal eine schöne Grundausstattung, wo ich glaube, damit kann man richtig gut autark stehen. Also das finde ich schon mal richtig klasse. Und die Platten sind wieder sauber verlegt. Die Dose wird dann noch gemacht und die Durchführung. Und dann wird das alles noch schön verleimt und verklebt. Und die sind schon alle fix verklebt. Dann haben wir das ganze Dach noch aufpoliert und geputzt, damit das richtig sauber ausschaut. Damit da überhaupt nichts zu meckern ist. Hier haben wir natürlich ein paar Millimeter Luftklassen. Das sieht man hier. Das ist ein kleiner Spalt. Da haben wir punktuell dann Durchführungklassen, damit das Wasser natürlich durchlaufen kann. Das ist auch immer ganz wichtig, wenn man so einen Querträger macht, damit hier wirklich das Wasser auch schön durchlaufen kann. So, jetzt schauen wir mal ins Innere. Weil da gibt es bei dem Fahrzeug schon sparspezifische Punkte. Wo nicht ganz so einfach sind. Und zwar haben wir hier unsere Dachdurchführung gemacht. Weil hier ist ja dementsprechend verbaut. Und da kommt man dann auch nicht mehr ran. Und da kommen unsere Solarleitungen rein. Drei Stück an der Zahl. Die werden wir jetzt sauber hier auf so Klemmböcke aufklemmen. Und von hier dann entsprechend mit einem größeren Querschnitt, haben wir hier schon verlegt, weiter verfahren. Dann müssen wir natürlich runter zur Batterie. So, Batterie ist in diesem Fach verbaut gewesen. Und da bauen wir auch die Batterie wieder rein. Letztlich haben wir hier aber nirgends groß Möglichkeit rüber zu kommen. Jetzt mussten wir hier den ganzen Schrank abbauen. Und dann hinten wirklich. Und hier ist es wirklich ganz eng. Ihr seht es, da ist fast kein Platz durchzukommen. Hier rüber. Und dann durch den Schrank nach unten. Hinter dieser Blende hier schön nach unten gehen. Und dann wieder hier rein in den Schrank, damit wir hier die ganzen Kabel natürlich reinbringen. Hier haben wir dann den Wechselrichter verbaut. Auch hier haben wir zusätzlich hier ein Lüftungsgitter eingebaut. Weil immer ganz wichtig, dass er atmen kann, damit die Luft raus kann. Das ist ganz, ganz wichtig. Dann kommt hier noch der Solarregler rein. Und dann kommt hier noch die Lithium-Batterie rein von WCS. Und dann ist das Flaggschiff auch schon wieder fertig. Natürlich noch anständig verkabeln. Alles schön sauber machen. Und dann geht das Fahrzeug auch schon auf Reise. Da steht der Akku. Hier liegt der Solarregler entsprechend. Damit es dann alles sauber und ordentlich funktioniert. Und das ist aber immer so ein kleines bisschen die Herausforderung. Und das war jetzt unsere Baustelle. Aber wie wir das hier wieder aufgemacht haben. Ich gehe jetzt mal näher ran. Hat mich ja schon wieder fast der Schlag getroffen. Aber ich kann da nicht immer was schimpfen. Weil, was sehen wir hier? Im Kfz Listerklemmen. Das ist ja was ganz Neues für mich. Also, dass das jetzt auch schon die Kfz-Bauer verwenden, ist schon echt heftig. Listerklemmen im Kfz geht gar nicht. Absolutes No-Go. Ich weiß nicht, warum das jetzt auch schon die Hersteller verbauen. Oder was da los ist. Keine Ahnung. Aber man sieht es. Listerklemme um 230 Volt. Eine offene Listerklemme hier weiter zu führen und zu verlängern. Krass. Krasses Kino. Also, ich kenne bis jetzt immer nur die Abzweigdosen oder Dosen mit Vago-Klemmen. Und das werden wir hier auch definitiv ändern. Weil ich bin der Letzte, der an dem Fahrzeug war. So kann ich das nicht lassen. Das geht nicht. Darum fliegt die Listerklemme definitiv raus. Wird eine Dose gesetzt. Und wir machen hier natürlich dann das anständig mit Vago-Klemmen. Das ist das Mindeste. Aber es ist doch Wahnsinn. Zum Zweiten. Hier. Guckt euch das mal an. Hier liegt halt einfach so ein Bündelkabel. Nichts. Leer. Also, man muss jetzt sagen, das ist ja alles leer. Das ist nichts. Ich verstehe nicht. Kann man das nicht hier abzwicken. Wenn man es schon nicht braucht. Weil das ist irgendeine Vorbereitung für irgendwas. Alles gut. Aber wenn ich es doch nicht brauche. Die enden hier ja alle blind. Das ist ja das Gros. Hier hinten die alle blind. Unisoliert. Einfach. Also, ich weiß gar nicht, was das ist. Ich muss das mal durchmessen. Warum kann man den Krampf nicht einfach abschneiden? Oder warum macht man das überhaupt rein, wenn man es nicht braucht? Das hier ist die Außenleuchte. Okay. Verstehe ich noch. Aber das verstehe ich wieder nicht. Auch das. Ich verstehe es nicht. Also, das ist alles für mich manchmal schon wild. Was hier auch von Herstellerseiten aus gemacht wird. Ich meine, auch so ein Auto ist zwar jetzt nicht das teuerste. Aber deswegen kostet es trotzdem Geld. Also, wenn wir das anständig machen und sicherlich ändern. Aber es kann doch ein bisschen, wie soll ich das jetzt sagen? So ein bisschen kann doch der Hersteller hier auch mitmachen und das fachgerecht dementsprechend, ja. Wenn das ist ja okay. Das passt ja. Das ist in Ordnung. Kann man zwar schöner machen, weil die ganzen Kabel kann man auch kürzen. Aber hier, man geht hier rein, zieht es hier durch und dann ist man zu faul, die abzuschneiden. Und dann zieht man die hier einfach durch. Macht hier einen... Und dann wundert man sich, wenn die Fahrzeuge so einen fetten Eigenverbrauch haben. Ist ja klar, wenn ich die ganzen Kabel ja alle so schön zusammenspule, was passiert. Magnetische Wirkung und zack und viel mehr Eigenverbrauch. Aber gut, egal. Das ist unser Projekt zurzeit. Das ist einer der Projekte zurzeit, die jetzt gerade fertiggestellt waren. Und wo wir heute daran gearbeitet haben. Schon ziemlich weit gekommen sind. Kabel liegen alle. Jetzt geht es dann nur noch ums Verklemmen. Ja und dann ist das Fahrzeug schon fertig. Dann wird er geputzt. Und sauber übergeben. Da freuen wir uns schon drauf. Und der Kunde freut sich auch drauf. Vom Grundsatz her echt ein schönes Auto. Haben wir auch schon mehrere Videos drüber gemacht. Weil, wie gesagt, der war bei uns in der Vermietung anderthalb Jahre. Hat super gute Dienste gemacht. Einen habe ich noch in der Vermietung. Also nein, habe ich nicht mehr in der Vermietung. Der steht noch zum Verkauf. Ich habe das noch nicht so aktuell gemacht. Das ist der Lamarca 69. 6,90 Meter lang. Mit Hubbett. Der ist noch da. Der kann noch erworben werden für relativ gutes Geld. Günstiges Geld. Weil der war auch anderthalb Jahre in der Vermietung. Und der geht auch demnächst raus. Oder soll raus. Ja, und jetzt kommen wir mal kurz noch als Fortschrittsvideo zu unserem Mobilwetter. Wir warten immer noch auf den Ersatzakku. Aber was ich euch zeigen möchte. Wo wir schon weiter gemacht haben. Ist... Ich muss da hier mal meinen Hocker herstellen. Kleinen Moment. Ist hier in der Verkabelung. Weil wir haben jetzt hier drin... Wups... Mal aufgeräumt. Also es ist noch nicht fertig. Nicht wundern. Also es ist... Es kommt hier noch weiterer Deckel drauf. Wir haben jetzt da hinten einen schönen, sauberen Kabelkanal gemacht. Wir haben hier zwei Verteilerdosen gesetzt. Wo wir anständig die Solarplatten aufgelegt haben. Wo man an jede einzelne Platte ran kann. Das heißt, wenn mal irgendwas ist, kann ich an jede Platte ran messen. Gucken, welche Platte ist kaputt. Und so weiter. Also Suck hat es halt meiner Meinung nach gemacht. Hier werden wir auch noch Ordnung bringen, dass das hier nur ein bisschen verschwindet. Dann haben wir hier den Boden und das Rohr. Fast kabelfrei kriegt. Dann werden wir das Rohr hier noch isolieren. Weil auch das habe ich gesagt. Hier drunter ist der Gasofen. Wenn man den anmacht, dann entstehen hier ziemlich heftige Temperaturen. Und auch hier werden wir dementsprechend nur Isolation drüber machen. Und dann werden wir hier noch ein bisschen aufräumen auf der Seite. Und dann schaut es schon wieder super gut aus. Auch dieses Fach haben wir komplett neu gemacht. Ihr habt den Kabel, wo es da drin gesehen, im letzten Video. Die Kabel, die jetzt hier noch sind, die brauchen wir. Weil das geht natürlich alles noch zum Zerbo. Die müssen wir jetzt hier dann noch dementsprechend am Zerbo verbauen. Hier machen wir jetzt ein Brett, wo der Zerbo drauf ist, wo abnehmbar ist. Weil wenn man mal ran muss, in dem schmalen Kasten kann man ja nicht arbeiten. Dann kann man sich den rausholen und kann da entsprechend dran schaffen und kann da dann dran arbeiten. Das ist dann wesentlich effektiver. Und der gehört noch darüber. Wesentlich effektiver. Dann muss man das Display austauschen, weil irgendjemand hat hier keine Ahnung was versucht mit dem Display. Da hat die ganze Auflösung nicht mehr gepasst. Das muss ich einschicken. Ich habe jetzt ein Reservedisplay bestellt, nagelneu. Das andere tausche ich aus, wenn ich nicht mehr Zeit habe. Und dann funktioniert das auch wieder. Also jetzt haben wir auch wieder die richtige Auflösung. Und jetzt möchte ich dann euch hier noch was zeigen, wie andere manchmal arbeiten, wenn wir hier reingucken. Hier liegt nur die ganze Dreck, Punkt, 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 vom Bohren von unseren Lieben. Keine Ahnung, wer das gemacht hat, wer hier verbaut hat, war dann auch noch zu faul, hier den ganzen Dreck raus zu saugen. Also, ja, geht gar nicht. Hier hat die Schraube gefehlt. Die ganze Lichtsteuerung war locker. Die haben wir wieder neu festgemacht. Hier haben wir wieder das gleiche, wie bei dem anderen Fahrzeug. Die Kabel zusammengerollt, ellenlang drin, unsortiert. Aber das ist wieder vor Herstellerseite, weil die ganze Lichtersteuerung ist da drin. Aber naja, gut, das ist halt so. Da kann man jetzt auch nicht viel ändern. Dann ist ja zum Glück ein Brett davor, dann sieht man ja das Ganze nicht mehr. Den Dreck machen wir dann natürlich noch raus, damit das alles sauber ordentlich ist. Dann haben wir hier das Display, alles schön angeordnet. Dann haben wir ja schon im Vorfeld, das haben wir aber schon vorher gemacht, das Display, wo hier ja gar nicht angedacht war, hier hergelegt. Weil der, wo die Dieselheizung verbaut hat, der hat wohl das Display in eine Richtung verbaut, wo man gar nicht wirklich hinkommt. Aber gut, das hat sich dann auch erledigt. Und so ist dann alles hier sauber abgearbeitet. Das einzige ist hier noch die Wasserpumpe. Da mussten wir jetzt eine neue installieren, weil die alte, die war definitiv hinüber. Die hat keinen Wasserdruck mehr gebracht und hat dadurch auch eklige Geräusche rübergebracht. Also das ist auch nochmal so ein Punkt. Und ja, also das Auto ist echt Arbeit. Eigentlich habe ich gedacht, wir kriegen es morgen fertig. Wir haben den Kunden auch schon geschrieben. Das schaffen wir leider nicht, weil wir noch auf ein paar Teile angewiesen sind, die noch fehlen. Ich hoffe aber, dass die jetzt morgen und spätestens Montag, Samstag und Montag noch gar eintrudeln. Dass wir dann hier gar fertig machen können, dass das Auto spätestens sauber getestet, voller Funktion, bis Mitte nächster Woche dann rausgeht. Weil hier steckt so viel Arbeit drin, das kann man gar nicht mehr zählen. Also das ist echt verrückt. Und ja, da ist auch noch ein bisschen was zu tun. Ihr seht selber, wenn man so ein Kabelwust halt durchsortieren muss, dann ist es halt einfach echt verrückt. Das ist einfach Wahnsinn. Weil man muss ja gucken, was ist da wirklich jedes einzelne Kabel. Man muss sich einen Überblick verschaffen. Man muss jedes einzelne Kabel beschriften. Man muss gucken, was ist was, wohin geht was. Das ist halt alles nicht ganz so einfach und dauert halt einfach seit Zeit. Ja, das als kleine Anekdote am Abend aus unserer Werkstatt. So schaut es bei uns aus. So weit sind wir. Die nächsten Autos warten schon wieder vor der Tür. Heute haben wir dann noch bei einem großen Frankia Markise gewechselt. Die liegt hier, die alte. Da haben wir 5,50 Meter Markise hingemacht, weil das war zu klein das Ding. Da haben wir auch noch ein bisschen zu kämpfen gehabt. Und der andere, wo wir schon gezeigt haben, der ist schon wieder weg. Wo wir den Maxven eingebaut haben, der ist schon wieder weg. Genau. Und ja, so geht es als weiter. Und nächste Woche stehen schon wieder die nächsten Autos am Hof. Und ja, da freuen wir uns und sind mit vollem Tatendrang dann auch schon wieder dabei. Ja, immer wieder krass, was da alles so auftaucht, wenn man so Schränkchen aufmacht, wenn man so Türchen aufmacht, wenn man so Klappen wegmacht. Und es ist einfach nicht zu unterschätzen, wie das halt manchmal für den Aufwand nimmt, Kabel zu sortieren, Kabel zu legen. Aber das meinte ich wie jetzt zum Beispiel bei dem Mobilwetter. Warum kann man da nicht in so einem Schränkchen einfach von vornherein einen Kabelkanal reinlegen und von vornherein so ein bisschen sauber und akribisch arbeiten, damit es auch dahinter auch schön ausschaut. Ich meine, das Auto kostet einen Haufen Geld. Und das ist halt was, das erschließt sich mir immer nicht. Und da möchte ich wirklich ja für mich natürlich anders sein. Klar, wir sind anders, wir möchten das anders machen. Aber ich möchte auch wirklich so die Kunden so ein bisschen sensibilisieren, dass man da drauf so ein bisschen drauf achten kann und oder darauf achten sollte, damit es so ein bisschen alles Hand und Fuß hat und auch ein bisschen schön ausschaut. Weil, wie heißt es bekanntlich, das Auge ist natürlich immer mit. Und sicherlich ein Kabel von A nach B legen kann ich so und kann ich so. Aber es ist halt einfach anders. Es geht nicht nur immer um die Schönheit, sondern halt auch um den Hauptgrund, wo ich ja schon erwähnt habe. Aber es muss ja irgendwann einer wieder mal ran, weil vielleicht was kaputt ist, weil vielleicht was dazu gebaut wird, weil vielleicht irgendwas getauscht wird oder wie auch immer. Und derjenige, der dann danach kommt, tut sich halt hundertmal leichter, wenn er ein Kabel beschriftet vorfindet, sortiert, anständig, wo er rankommt und aufgeräumt ist. Naja, lassen wir es gut sein. An der Stelle so viel aus unserer Werkstatt. Mal wieder zwei Technikvideos gewesen, die es so ein bisschen in sich haben. Ich werde euch das Fahrzeug auf alle Fälle nochmal zeigen, wenn er fertig ist, damit ihr seht, die einzelnen Fortschritte. Auch mich interessiert sowas immer, weil ich bin da selber immer so ein bisschen gespannt. Weil wenn dann das Fahrzeug immer schön ist, und das ist für mich immer das Schöne, wenn man so ein Auto baut, wenn man dann immer den Fortschritt sieht und schaut wieder gut aus. Und das ist dann schon echt eine tolle Sache. Ja, ich hoffe, nicht euer, sondern ich hoffe, das Video war nicht zu langatmig. Ich hoffe, euch geht es gut soweit. Vielen Dank für die Zeit, die ihr geopfert habt, um das Video zu gucken. Über ein Like freue ich mich natürlich wie jeden Tag von euch. Genauso wie über fleißig die Kommentare und die Interaktion, wo daraus entsteht. Weil auch ich bin immer um eure Meinung dankbar und freue mich auch, wenn ich fleißig Feedback bekomme. Und jetzt wünsche ich euch einfach nur einen schönen Abend. Bleibt weiterhin gesund, passt auf euch auf. Und ja, schöne Grüße aus Dingesbühl. Bis zum nächsten Video. Ciao, ciao. Ciao, ciao.